Oh ja genau, hier war ich jetzt glaube ich schon mal, wenn ich mich nicht komplett irre. Es kann eigentlich nicht sein, aber in dem Raum, in den wir jetzt kommen, war ich schon mal. Und vor allem haben sie jetzt hier Bombenrand getan, die Arschgesichter. Jawohl, Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut, testen wir sie mal. Nein, nein, ich bin doch hier! Ja. Ja. Dort können wir uns nicht mehr fortbewegen. Wir haben die Tür versiegelt, es geht wieder rein noch raus. Er ist nun mal zur Rührkammer, der zu kommen, denn er tut in so vieles Bomben. Ist sie dir sicher? Ja. So? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach, wo er kommt, ich kann das alles. Ich will keinen Ärger mehr. Ja, so. Ihr könnt nach Westen gehen und die Gehwege kontrollieren. Es ist einfach immer weiter. Ja. So? Ja. 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 Ja, ich will nur noch einen. So, noch einer weniger. Okay, ich will hier hoch. ja ich finde das geil wie wir hier überall Gegner aus Nocken können alle zu dir ist das für eine gute Idee kommen nur drei Typen dort super ich gehe kurz auf der anderen Seite raus glaube ich das ist hier drin jetzt die das für eine wenige Ja, das muss man so machen. Gehört sich so. Ja. Der andere Typ bewegt seinen Arsch auch gar nicht mehr, wie es aussieht. Es wird schwer, den auszuschalten. Ja, da sind sie. Es war genauso geplant, ein wenig Zeug aufwühlen. Das meine ich jetzt ernst, auch wenn es vielleicht nicht so klingt. Okay, ich weiß schon, wie ich den hier ausschalten kann am besten. Nein, ich wusste, dass ich vergessen habe, euch was zu sagen. Nein, jetzt hat er den kaputt gemacht. Fuck. Das war ich nicht schlau genug. Oh, scheiße. Okay, den schnapp ich mir jetzt dabei. Gut. Ja. Er ist verschwunden! Oh Gott! Ihr könnt nach Westen gehen und die Gehwege kontrollieren. Geht einfach immer weiter. Mehr hast du nicht drauf? Kommt hier rüber! Alles zu mir! Ok, ich will kurz nachsehen ob der sich wirklich bewegt... Ja, tut er. Ok, gut. Oh, ich habe einen neuen Batarang. So ein neuen Schall-Batarang. Ja, das war's für den Typen. Ich habe ihn verloren. Mann am Boden, da liegt einer! Was tust du? Ich brauch Hilfe! Vergiss es! Du bist jetzt allein! Geh von dir weg! Geh weg! Geh weg! Und... Danke Kumpel! Geh weg! Hier! Ich bin nicht so ausrasten! Ich bin nicht überrascht, dass ihr Angst habt. Ich bin nicht überrascht! Aber ich bin nicht überrascht! Aber ich bin nicht auf Angst! Ich bin auf Angst! Aber ich werde hier wahrscheinlich drauf gehen! Ja, drauf gehen nicht! Batman tötet niemanden! Ja, das wären jetzt alle gewesen. Schön! Okay, ich glaube, ich will... Wo will ich lang? Nicht hier raus, oder? Ja, hier ist der Ausgang. Ja. Genau, ich will... Unten rum. Na genau, das hängt jetzt dort an dieser Bombe dran. Sobald ich weiß. Daher muss ich das jetzt tacklen. Wow, das war ja nicht gerade schwer. Okay, und ich weiss, was jetzt folgen wird wieder. Ich freue mich drauf. Und vielleicht kommt das noch gar nicht jetzt. Naja, ist ja egal. Ich will nämlich nur kurz hier hochhacken. Doch, es kommt jetzt. Und wie es jetzt kommt. Ja. Äh. Genau, hier oben gibt es nämlich doch ein Familienfoto von Cash. Ja, gut zu wissen. Hat jemand das Spiel letzte Nacht gesehen? Ja, that's... Oh, es hat sich wohl aufgehängt. Ja, Leute. Sachen gibt's. Das sieht alles so abstruse aus. Batman baby escaping patient. Gute Sache. Arkham Asylum. Ja. Ja. Woah, okay. Ooh, Skycrawl. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Höhle. Ja. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf hab ich lange gewartet, Betts. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall! Ja.